Mach bitte auch bitte nur deine fünf. Ja? Ja, willkommen in der VIP-Ambi Gold. Bist du behinder, Bruder? Ich hab von 60 auf 55... Wir hatten davon keine 60. Es waren noch andere Packs da mit drin. Ja, sag ich doch. Deswegen hab ich fünf von meinen zwei seltenen Spieler gemacht. Bis 55. Wir hatten von denen... Wir waren dann auf sechs durch sechs Packs, von denen 81 plus gemacht. Nee. Wir hatten genau... Wir hatten genau 50 von denen. Und fünf davon hab ich geöffnet bis 55. Du hast bezwoge. Du kannst einfach wieder nicht akzeptieren, dass du ein kleiner Stinkel-Loop bist, Digga. Der einfach richtig Durchfall hat. Linienfarben-Pack ist hier dabei. Ja, also hast du doch eins mehr. Das sind nämlich sechs Packs, du Arschloch. Ja, ich wollte nur glattziehen. Ja, dann hast du jetzt eins weniger. So, sorry. So, ob ich da ein Linienfarben-Pack mache. Boah. Okay, wir gucken mal, ob es weiß ist. So gut. Wow.